So, in dem zweiten Video für euch tanzen wir das Ganze einmal mit Musik in originaler Länge und auch richtiger Reihenfolge, so wie wir es dann am 11. Juni um 19 Uhr auf dem Marktplatz Inge-Algisam gemeinsam tanzen werden. Ich hoffe, ihr seid ganz, ganz viel mit dabei. Verbreitet dieses Video, verbreitet die Choreografie überall hin, nehmt eure Freunde mit und lasst uns wirklich den Marktplatz Inge-Algisam rocken. So, bevor alles startet, damit wir auch alle wissen, dass es startet und ihr alle ein bisschen Vorbereitungszeit habt, hat die Musik von Justin Timberlake in dem Mix, den wir dabei benutzen, ein kleines Vorspiel. Das ist eine ganze Zeit lang, um die Leute sich sammeln zu lassen. Und dieses Vorspiel, die werden wir einfach mit ein bisschen Party tanzen am Platz gemeinsam starten, bis alle dabei sind. Es kann auch später noch Leute mit dazu kommen. Und damit alle wissen, dass es auch gleich insgesamt losgeht, hören wir uns ganz kurz die Musik mal an, die da vorläuft, die kurz vor sieben starten wird, um euch ein bisschen wachzurütteln. Achtung, jetzt geht's gleich los. Justin, der macht die Musik gerade mal an. Das Thema kennen erstaunlich viele. Und das läuft drei Minuten vor sieben los und ist so Punkt sieben fern. Das wird dann auf dem ganzen Marktplatz zu hören sein. Jeder weiß in der Nähe, ah, jetzt geht der Flashbop los. Und von dem Stück aus geht's dann direkt in den Beat über zum Flashbop ans Gesamt. So, wenn das rausklingt, dann geht der Beat los. Und dann sind alle dabei und starten schon mal mit dem vorläufigen Intro. Hier geht der Beat los. Alle kommen wieder zu. Wer da ist, der ist am Platz. Und da jetzt schon mal den Start von dem Flashbop. Den Einsatz zählen wir noch mal ein. Das ist ein bisschen Ruhe in der Musik. Einzähl wäre das dann die fünf, sechs, sieben, acht. Ihr werdet es jetzt hören. Dann starten wir mit dem rechten Sieg los. Okay. Wir freuen uns drauf, dass wir echt den Macht verbrochen können. Und dann starten wir mit dem rechten Sieg los. Fünf, fünf, sechs, sieben, acht, drei, zwei, zwei, drei, vier. Dann geht's von vorne. Und oben. Noch mal dreimal in dieser Reihenfolge. Okay. Immer. Fünf, sechs, sieben, acht, drei. Fünf, sechs, sieben, acht, drei, vier, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, zehn, vier, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, vier, vier, vier. 3 1 1 2 3 4 5 6 7 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 13 14 14 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 19 20 20 21 20 21 20 21 22 21 22 22 23 uns einfach viel, viel Spaß an diesem tollen Abend. Seid mit dabei, wir freuen uns auf euch. Ciao. Tschüss.